Du fragst dich, was das ist. Das ist Raseneisenerz, durch Eisenminerale verfestigte Ablagerungen des Bodens. Seinen Namen hat es, weil man es wenig unterhalb der Grasnarbe findet. Es kann mithilfe von Rennöfen zu Eisen verhütet werden. Eisen hatte seit seiner Erfindung für die Menschen eine große Bedeutung, denn daraus fertigten sie Geräte, Waffen, Trachtzubehör und Schmuck. Aber wie genau funktioniert die Eisengewinnung? Zuerst werden Gruben gegraben, die sogenannten Röstgruben, in denen das Raseneisenerz geröstet wird. Anschließend wird das geröstete Erz zerkleinert. Für den Bau eines Rennofens wird eine weitere Grube ausgehoben, in der Holz und Holzkohle geschichtet wird. Danach wird ein kegelartiger Schlot aus Lehm über der Grubenöffnung erbaut. Wichtig sind zwei bodennahe Belüftungsöffnungen. Im Schlot wird das zerkleinerte Raseneisenerz und die Holzkohle geschichtet. Nun wird ein Feuer in der Grube entzündet. Der Brennprozess wird durch die Zufuhr von Sauerstoff durch die bodennahen Belüftungsöffnungen geregelt. Steigt die Temperatur auf 1200 Grad Celsius, bildet sich im Lehmschlot Schlacke. Dabei steigen Gase auf, die mit dem Eisenoxid im Erz zu einem metallischen Zustand, die sogenannte Lupe, reagieren. Die Lupe wächst allmählich an und bleibt im festen Zustand, da die Schmelztemperatur von Eisen, 1530 Grad, nicht erreicht wird. Nach dem Brennvorgang wird der Lehmkegel zerstört, damit das Endprodukt die Lupe entnommen werden kann. Insgesamt kann nur knapp 15 Prozent des im Erz enthaltenen Eisens genutzt werden, da Schlacke und Holzkohle, die die Eisenlupe durchsetzen, ausgeschmiedet werden müssen. Das ausgeschmiedete Eisen kann zu Geräten, Waffen und Trachtzubehör weiterverarbeitet werden. Die in der Brenngrube zurückgebliebene Schlacke ist ein Abfallprodukt und hat keinen weiteren Nutzen.